Little John likes, damit du weißt, wie es läuft. Was ist nun das richtige Bike für mich? Bock auf ein Date? Wir haben für dich einen kleinen Leitfaden, damit du und dein neues Bike sagen könnt, it's a match. Was muss das Rad können? Die Antwort dürfte dir wahrscheinlich nicht so schwer fallen. Willst du mit dem Rad in der Stadt oder gemütlich zur Arbeit cruisen? Oder planst du längere Touren oder sogar Radreisen? Dann kommen City- oder Trekkingräder in die engere Auswahl. Sie begleiten dich durch den Alltag und sind meist voll ausgestattet und ready für den Straßenverkehr. Reizen dich Trails oder offenes Gelände? Oder willst du vor allem eins? Power? Dann ist ein E-Mountainbike vielleicht dein neuer Partner in Crime. Kraftvolle Motoren lassen dich auch in unwegsamem Gelände oder bei starken Steigungen nicht im Stich. Noch was. Genauso wichtig wie der passende Radtyp ist die richtige Größe und Einstellung, damit du ergonomisch perfekt auf dem Bike sitzt. Schließlich nützt dir das tollste Bike nichts, wenn du schon nach wenigen Kilometern Sitz- oder Rückenbeschwerden bekommst. Auch die Kraftübertragung kann mit der richtigen Sitzposition erheblich verbessert werden. Bei uns gehört deshalb eine individuelle Ergonomieberatung vor dem Kauf zum Standard. Little John Likes Damit du weißt, wie es läuft Was du sonst noch wissen musst, damit dein E-Bike immer rund läuft, erfährst du in den weiteren Folgen Little John Likes Und auf littlejohnbikes.de